Morgen, Madame. Haben Sie Schnee bestellt? Ja, aber nicht so. Nicht so? Nee, ich wollte mehr Trockenschnee kaufen. Aber das ist schade. Ja. Aber zwischen sechs Jahren kann ich Schnee nicht. Ja, richtig. Weil ich früher in Bayern gewohnt habe, aber jedes Winter Schnee gehabt habe. So. So. Und jetzt. Endlich Schnee. Schön. Richtig. Also es hat ja schon einmal geschneit, dieses Jahr. Einmal schon und jetzt. Ja, das war nur. Sehr wenig. Es ist kein Schnee, aber es ist besser. Es ist ein Wunder eigentlich, dass so ein Schneid hier. Das habe ich dafür gebeten. Tschüss. Tschüss, Madame. Schönen Tag noch. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das war's für heute. Das war's für heute.